Als er aber nach Kapernaum kam, trat ein Hauptmann zu ihm, bat ihn und sprach, Herr, mein Knecht liegt daheim, gelähmt, da nieder und ist furchtbar geplagt. Und Jesus spricht zu ihm, ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht und habe Kriegsknechte unter mir und sage, ich zu diesem, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu einem Knecht, tu das, so tut er es. Als Jesus das hörte, verwunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, bei niemandem in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Ich bin in meinem L eje, danke, Freunde, ich bin zu wohle Ongel asymmet зар beatzt. Ich bin aus dem L von L Yo